Alter, was ist das denn jetzt hier? Den wollte ich aber nicht, den wollte ich jetzt nicht beschwören. Oh, ich bin gleich tot, ey. Idiot. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Zombie Army 4 Dead War. Ich spiele das Level Alle Wege führen in die Hölle weiter und zwar Kapitel 3. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So, dann gehen wir gleich mal in die Werkbank, weil ich habe ja ein Upgrade Kit gefunden. Ein Upgrade Kit. So, was kann ich denn damit machen? Das maximal so. Mir interessiert mich nicht scheiß, Alter. Richtet dadurch höheren Schaden an. Ja, dann nehme ich wohl das. Und dann bin ich auch schon wieder pleite. Das heißt, ich kann direkt wieder weiter. Ich gucke jetzt nur mal schnell, weil ich brauche mal wieder, äh, an die habe ich ja noch. Aber das setze ich gleich mal ein. Ist das hier eigentlich irgendwas anderes oder ist das gleiche? Workbench. Ich glaube, das ist genau das gleiche. So, Muni nehmen wir nochmal mit. Brauche ich nicht. Okay. Ich brauche auf jeden Fall ein Midi-Kit. Ich hoffe, hier ist irgendwo eins drin. So, die kann ich nicht mitnehmen. Auch kein Midi-Kit. Dann mal da hinten gucken. Midi-Kit. Sehr gut. Midi-Kit ist gut. Midi-Kit tut gut. So. Weiter geht's. Also das letzte Level von, von so einem, äh, das letzte Kapitel von so einem Level ist immer das Hardcore-Level. Alter. Junge, was ist denn hier los? Kommst raus, ist gleich wie Halligalli hier, ey. Da wird wieder jemand wiedergeboren. So, jetzt habe ich hier nochmal ein, äh... Wie kann ich denn dieses, dieses Ding einsetzen hier? Das wüsste ich mal gerne. Ach so, ich muss hier wieder Seelen füllen. Ja, super. Wollen wir sparen können. Ich gehe jetzt kurz mal da hoch und guck mal, was da so abgeht. Okay. Hier ist schon mal Munition. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Manchmal, äh, checkt man ja nix. Oh, guck mal, der kann da hochspringen. Ist ja geil. Was ist da? Ah! Nice. Nice. Alter, gibt's hier nicht irgendwas zum Sammeln? Okay, hier kann ich auch lang. Da hinten ist was zum Sammeln. Nee. Okay, hier ist die Tür, da muss ich nachher lang. Okay. Dann aktivieren wir mal das Ding. Ich könnte jetzt theoretisch auch da hochgehen, aber... Mein Gott, die kann hier unten wegkloppen, Viecher. So, aktivieren. Der Blutfontäne. Jetzt kann natürlich alles kommen, ne? Das muss man natürlich bedenken. Jetzt kann der stinknormale Zombie kommen. Oder der Explosions-Zombie. Oder der Renner-Zombie. Oder... Das sehe ich dann. Oh, oder der Sniper-Zombie zum Beispiel. Und da war der Explosions-Zombie. Noch einer. Dreh durch. Ah, Midi-Pack genommen. War ich getroffen? Alter, was geht denn hier ab, ey? Jetzt müssen die nur noch die Viecher treffen. Dann wäre ich schon mal ein Vorteil. Ich glaube, ich gehe mal da hinten hoch. Dass ich irgendwie die ganzen Sniper-Fiecher mal wegbekomme. Oh, guck mal hier. Und die haben wir ja auch noch. So. Das waren schon mal zwei. Junge. So. Kommen denn die alle her, Alter? Kommen die da hochgeklettert? Was geht denn hier ab? Okay, da haben wir einen Explosions-Zombie, der mich gerade fast gekillt hat. Ich versuche jetzt irgendwie mal, äh, hier ein bisschen rauszukommen aus dieser Hölle. Weil diese Viecher... Irgendwo muss ja der, der Boss sein. Wo ist der Boss? Ist da der Boss? Guck mal, da ist der Boss. Da ist doch der Boss. Du Dreck-Sau, Alter. Ich muss mal kurz hier ein paar Seelen killen. Sonst geht es hier nicht weiter. Sonst bin ich hier ewig lang dran. Der Geschichte. Und der Sniper wieder. Ja, moin. Oh, die gehen mir ja gerade voll auf den Sack hier. Musst du jetzt irgendwie mal hier... Schmeiß mal da was hin. Oh, jetzt irgendwie mal dringend... Dringendst... Na, Lösung. Ist meine andere Knarre leer? Nee. Wird sagen, Alter. So, ich mach mal Take Down kurz. Damit ich ein bisschen Energie hab. Ansonsten ist es hier wirklich gleich vorbei. So, nachladen. Fuck. Zombies im Umkreis töten. Ja, ja, ja. Ist ja immer noch nicht hin. Wo ist er? Und er schießt natürlich auch auf mich. Ja, moin. Ist schon klar. Ja, das ist echt blind. Das ist blind, was ich hier mache. Und der Typ ist immer noch da. Ich dreh durch. Alter. Gut, das war zweite Chance. Zweite Chance ist aber nicht dritte Chance. Das heißt, wenn ich jetzt verrecke, dann war's das. Bruder. Oh, ich drücke immer das Falsche, ne? Ich drücke immer den falschen Knopf. Ich renne jetzt mal ein bisschen hier im Kreis. Vielleicht verfolgen sie mich ja und rennen da mal rein. Junge, der soll mal abhauen da. Das ist der Wahnsinn hier schon wieder. Der legt immer noch. Junge, der soll mal abhauen. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Ein bisschen, ein bisschen füllen hier, Alter. Das gehört gar nichts voran. So. Der Typ lebt immer noch. Ich raste aus, Alter. Den könnte ich eigentlich mal so einen Takedown verpassen. Das wär's doch mal. So. Ist das Ding immer noch nicht voll? Uiuiui. Zombies im Umkreis. Doch, jetzt ist es fertig. Jetzt gucke ich mal, ob der Typ noch da ist. Natürlich nicht. So, jetzt könnte ich eigentlich mir mal den anderen, den Sniper verknöpfen. Mal gucken, wo er ist. So. Sniper down! So, und jetzt lade ich mich mal auf hier. Da machen wir ein paar Takedowns. Und die anderen, die werden noch mitgekillt. Kommt her. Ja. 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 Ah, ja. So. Perfekt. Dann holen wir uns den noch. Ich hab nämlich kein Medipack mehr. Das ist mein Problem. Sonst, äh, wäre das natürlich alles ein bisschen... ...bisschen besser gewesen. Der Junge. Ganz schön schnell unterwegs. Der Kollege. Ja, jetzt natürlich mehr Munitionen alle. So. Jetzt hab ich irgendwas noch bekommen. Jetzt mal... Ja, hat der mich getroffen, oder was? Das gibt's doch nicht. Scheiß Viech. So, jetzt haben wir noch drei Zombies hier. Die werden mir aber nicht reichen. Ja, ich schieß mich so hundertmal vorbei. Gut, dann gehen wir mal da hin, wo ich hin soll. Hier liegt noch auch ein Zeug rum. Aber kein Medipack, ne? Ist da irgendwo ein Medipack dabei? Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann ja mal ein bisschen X drücken hier, aber ich glaub, da ist nix dabei. Egal. 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 So, die nehmen wir mit. Was waren das für Dinger? Elektrische Stolperminen? Nee. Also. Wirklich. Hier. Ja. Einmal. Kannst gleich da lassen, den Scheiß. Auf den Dreck hab ich überhaupt keinen Bock, ey. Dann geh ich lieber nochmal hier rein. Weil hier war ich noch gar nicht. Die ist schon besser. So. Und ich wette, wenn ich hier hochgehe, ist hier irgendwas zum Sammeln. Äh. Oder auch nicht. Ich hör irgendwas. Nehmen wir auch mit. Ne, hier ist wirklich nix zum Sammeln. Ich hab eigentlich gedacht, hier ist ein Sammel... Ein Sammeldingsel. Aber dann war es doch nicht so. Okay, macht ja nix. Dann geh ich wieder runter und guck mal... Vielleicht auf der anderen Seite, ob da noch irgendwas ist. Gut, hier bin ich angekommen. Hier war ich auch noch nicht. Kletter da mal hoch. Das Klettern fällt auch ein bisschen schwer für den Typen. Hä? Hier war ich doch. Lol. Hier war ich doch eben, Alter. Was macht der denn? Dant! Junge. So, dann gehen wir mal hier rein. Oder da hoch. Ne, da hoch können wir nicht. Lol. Hier muss irgendwas noch sein zum Sammeln. Aber ich glaube, ich hab noch nichts aufgesammelt. Irgendwas muss hier noch... Irgendwo muss hier noch was sein. Granaten. Das gibt's doch nicht, Alter. Gibt's hier echt nix zum... Kein Sammeldingsel? Oder hab ich das schon? Ne, ich hab das doch noch nicht. Na gut. Na gut. Ich geh nochmal hier hoch. Munition. Sehr gut. Hab ich alles schon. No. Naja gut. Wenn's hier nix gibt, dann... Äh... Dann hau ich wieder ab, ne? Brandgranaten. Ich glaub, das war alles nur, um diese zu killen hier. Aber fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, dass ich dann hier hochgehe. Und mich dann da hinstelle und die Sniper von Dark Hill. Was ist denn das hier eigentlich? Gedrückt halten. Riss beschwören. Ja, ich beschwör mal den Riss. Vielleicht krieg ich da noch ein paar Zombies. Uh. Nett. Kommt da noch was? Alter, was ist das denn jetzt hier? Den wollte ich aber nicht... Den wollte ich jetzt nicht beschwören. Oh, ich bin gleich tot, ey. Ich Idiot. Junge, warum ist denn da wieder schon wieder nix drin? Riss beschwören. Riss beschwören. Beschwör dir den Riss und du kriegst nen Kiss. Oh, ich hasse es, Alter. Und es geht ja gleich weiter. Ei, 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 ei. Ich glaube, ich geh mal hier hoch, lieber. Versteck mich da mal irgendwo. So, das war er. So, jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. Vielleicht sollte ich keine Risse mehr beschwören. So. Weil das ist jetzt gar nicht so schlau gewesen von mir. Und der Riss ist immer noch offen. Das einzige, was du da machen kannst, ist wirklich, äh... Ist wirklich hier so Zeug sammeln, ne? Medipack sehe ich jetzt hier nicht. Ich glaube, ich mach dir mal wieder zu und geh mal weiter. So. Ist geschlossen. Das, was ich machen wollte, hat nicht funktioniert. Ne, die Packs gibt's auch nicht. Scheißdreck. Aber da gibt's nen, äh... Ahaha. Das nehmen wir doch mit. So. Ein MG. Ein gutes MG. So. Ich dachte eigentlich, ich kann da irgendwas finden, aber das war nicht so. Zombies töten, um Blutsiegel zu brechen. Ah, ja. Junge, verreckt mal, ey. Piu. So. Gut. Da war die Kiste doch schon wieder leer. Muss ich hier noch irgendwas bestätigen, oder was? Wird nicht, ne? Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal hier ein bisschen... ...bisschen Feuer. Alter. Können die selber reinhören in die Dinger? Vollidioten. Ihr Vollidioten. So ein Medikit wär mal ganz geil. Ich wette... ...also ich wette, wirklich, ich wette, dass hier wieder ein paar Wellen kommen von verschiedenen Zombies. ...und ich keine Chance habe, irgendwie auszuweichen. So, hier war irgendwo noch einer. Da. Na los, schmeiß mal. Schmeiß mal dein Böhmchen. Na los. Na komm schon. Ach, come on. Trefft euch... Ach, ne, doch nicht. Okay. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass es mehrere Wellen gibt. Trefft euch mit der Vorhut. Ich gucke erstmal nochmal, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Zum Semmeln. Zum Semmeln. Aber ich glaube, hier gibt's wieder nix. Ich gehe einmal im Kreis und dann passt's. Hier sind alles nur... Hier ist nur so Granatenkram und so. Da war irgendwas. So, Munition. Ja, sonst gibt's hier nix. Schade. Ich gucke hier wirklich immer alles durch, aber ich finde hier nix. Warum ist denn da nie ein Medipack, Alter? Das ist doch scheiße. Muss ich doch ganz leicht spielen, oder was? Also, vielleicht leicht. So. Da sind doch schon wieder Zombies, oder? Das sind nicht Zombies da? Helventart? Achso, das ist mein... Das ist mein Kumpel. Übersteh den Hinterhalt. Ja, nix leichter als das. Kommen hier auch welche? Naja, ich stehe hier ja irgendwo oben, Alter. Oh. Ich werde die mal von hier oben irgendwie abknallen. Seit wann können Zombies eigentlich so gut klettern? Noch einer? Von hinten? Alter! Hab ich gar nicht gesehen. Gut, ich kann auf jeden Fall zurückgehen. Hä, ist da ein Sniper irgendwo, oder was? Da ist ein Sniper, Alter. Gut, da haben wir schon meine ersten Down. So, ich hol mir mal schnell meinen Tag Down ab. Damit ich hier mal ein bisschen wieder Energie tanken kann. Das ist wie ein Sniper, ey. Mir wurde doch letztens erst versprochen, dass der schnell nachlädt. Hä? Was hat er denn? Ist schon wieder ein Sniper irgendwo. Ja. Soll ich mir meinen Tag Down jetzt abholen, oder soll ich den später erst holen? Ich hol mal jetzt schon. Dann haben wir das schon mal. So, lad mal nach, Kollege. Ja. So, ich brauche noch einen. So, perfekt. Wo ist der Sniper? Da drüben. So. Sagt ihr nur Sniper Down, wenn alle Down sind, oder nur wenn einer Down ist? Scheiße. Zack. So, dann laden wir nochmal nach. Noch einer. Haben die meinen Kumpel schon gekillt? Ach nee, der ist ja da noch. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Sniper sind alle weg. Das ist sehr gut. Soll ich jetzt mal runter gehen da? Okay, fertig. Ja, das war ja easy. Dieses Level? Würde ich mal sagen. So viel Action hatte ich jetzt gar nicht. Aber. Hier muss irgendwas sein. Hier muss was Sammelbares sein, Alter. Sonst drehe ich durch. Oder was? Nee. Ah, guck mal. Drilling. Nett. Nett, 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 nett. Ach, ist doch scheiße. Junge, wo ist denn hier was zum Sammeln? Da ist der Unterschlupf dahinten. Irgendwo da? Aber wo sind denn hier so Sammelsachen? Ich wollte doch die Sammelsachen haben. Ist ja auch nicht schlecht. Oh, da. Geil. Was gibt's denn hier so alles? Also ich verstehe nicht, warum es keine Medipacks gibt. Das finde ich richtig kacke. Muss ich jetzt mal so sagen. Weil ich bin hier echt die ganze Zeit am Machen und Tun. Ah, Medipacks? Oh, nö. Tja. Nö. Nix zum Sammeln. Und ich hab hundertprozentig noch nicht alles gesammelt. Naja, gut. Dann gehen wir halt zum Unterschlupf. Achso, ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Hier ist auch nix weiter. Können wir ein bisschen Medition mitnehmen. Ist da ein Medipack drin? Guck mal, da ist was zu machen. Ah. So. Ne, da sind alles nur Granaten und so weiter. Wenn man sich da wirklich auf die... Auf die Sache einlässt. Mit, äh... Komplett in die Menge springen und so. So. Gut, 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 gut. So, Kapitel abgeschlossen. Sehr gut. Und Gold, ja. Gut, was ich davon abgeknallt hab, halt, dadurch dieses Höllentor. Und Levelausstieg. Geil. Und Rangausstieg. Achso, das war ja das Rangausstieg. Level ist gleich Rang. Jo, boi. So, Leute. Damit würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schalt doch gerne mit dem nächsten Mal ein, wenn es genau hier weitergeht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar. Da ist für euch komplett kostenlos und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.